Guten Morgen ihr Lieben! Es ist jetzt erst 7 Uhr und wir haben ja bei der lieben Julia geschlafen, die hat uns aufgenommen. Ja, ist auf jeden Fall total lieb von ihr und ihr Hund ist auch total cool. Heidi ist klasse. Heidi hat morgen auch bei mir unter der Decke gelegen. Ja und jetzt fahren wir mein Leihpferd holen für die Eröffnungsfeier, also für die Generalprobe erst mal. Und ja, mal gucken, was ich so für ein Pferd bekomme. Was denn? Dass wir um halb neun hier sein sollen. Wir sind mega pünktlich. Aber wir sind an der Einfahrt vorbeigefahren. Ja, da ist es. Schön, ne? Und fahr 20 Zentimeter, also halt dann meinen Fuß an den Strich und fahr 20 Zentimeter zurück. Merkst du das? Ich halte die Kamera auf sie und ihre Stimme geht anders. Hast du es gemerkt, Gabe? Hast du es gemerkt? Die hat gewappelt wie ein Bauer und dann... Ich bin ein Bauer. Ich bin ein Bauer. Und ich bin eine Mädchen vom Land. Und Mädchen vom Land. Die Mädchen ist gut, gell? 50. Wir sind jetzt auf gut Neuhof. Neuhaus. Neuhaus. Bei Tillmann. Bei Tillmann. Und wir holen jetzt ein Pferdchen ab. Für mich. Julia ist halt unsere Fahrerin. Moralischer Beistand. Wie heißt das? Ich hab's echt nicht so. Wenn ich mit bin, hab ich's nicht so mit dem Roboter. Mit dem... Moralischer Beistand. Mit dem Vokabular. Das hast du gestern auch nicht so geschafft. Mit dem Pflegeleisch. Ich sag, was möchtest du? Manche, die irgendwie was bestimmtes essen oder so? Soll Dominik noch was sagen. Ne, ne, wir sind da ganz kinderleicht. Der ist Pflegeleisch nicht eingefallen. Ha? Schön, ja? Gell? Ja. Hübsch, ne? Na, wer seid ihr denn? Wir müssen alles verkaufen. Julia macht das prima. Prima macht Julia das. Wir sind jetzt in Aachen angekommen. Mutti? Ja. Wir haben die Fahrt gut überstanden. Wir sind jetzt da, schauen uns hier mal ein bisschen um. Also das ist der Ben. Ja, hier ist der Ben. Der hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Der war ein bisschen aufgeregt vorhin. Da ist er. Ja, und wir gehen jetzt mal zu den anderen. Das ist richtig schön hier. Ich war ja noch nie in Aachen. Ich war noch nie hier auf dem Turnier. Huch! So sieht's aus hier. Jetzt sind wir da. In Aachen. Ich gehe mal davon aus, dass da hinten, würde ich jetzt mal so behaupten. Na dir geht immer noch. Ist die... Was ist los? Was machst du? Warum? Ich bin heute ganz in Rot. Rotes T-Shirt, rote Jacke. Wo kommst du jetzt? Hoppi. Galoppi. Mama, warst du schon mal in Aachen? Nein. Anja, warst du schon mal in Aachen? Ja, schon des Öfteren. Ich war noch nie hier. Aber ich wohne ja auch relativ nah dran. Ja, von uns ist das schon am Arsch der Welt. Ich dachte, die bauen auch ab. Ja, aber es war jetzt am Wochenende das Turnier. Ja, ja. Man, ist das groß hier. Ist ja heftig. Da hinten ist Fahnen, würde ich mal schätzen. Da hinten ist Fahnen, würde ich mal schätzen. Ja, genau. Ja, genau. Da hinten war der Fünf. Ja, einfach da. Woher wusstet ihr das? Da sind Toiletten. Also wir waren am anderen Ende. Ja. Wir waren schon im Stadion auf Toilette. Super. Wir waren eine halbe Stunde unterwegs. So lange wie du gerade Handschuhe an der Kappe hängst, ist alles gut. Das haben wir aber nicht so gesehen. Das ist Fenn. Das ist der Leon. Hört mich bitte. Wir sind hier ein ganzes Ziel. Puh. Ich bin hier einen kleinen Höhnen. Na, dann kann's tun. Dich gehören. Ich gehören. Ich gehören. Ich bin hier. Ich bin hier schon. Ich bin hier zuerst. Iben. Chef Höchst persönlich? www.feyyaz.tv